Die Initiative ist tot, lang leben wir die Initiative. So Leute, da sind wir beim nächsten Deck-Tag und ich habe euch mal wieder ein Initiative-Deck mitgebracht und zwar Rot-Weiß-Initiative. Aber bevor wir mit dem Deck-Tag starten, ein kurzer Hinweis. Ich habe Patreon und wir haben, ich habe neulich noch aufgestartet, das war so eine ganz spontane Aktion. Wenn wir bis Dezember 24 Patreons bekommen, zahlte Patreons, also Leute, die zahlen, dann verschenke ich Weihnachtsstuff an die Patreons. Und das haben wir geschafft, dementsprechend wird es Weihnachtsstuff an die Patreons geben. Wenn ihr mich auch unterstützen wollt, könnt ihr gerne auf patreon.com.com.com.com oder in die Videobeschreibung schauen. Und könnt dort mal schauen, ob das was für euch ist. Ansonsten Video liken, abonnieren, auf Instagram gehen, mich abonnieren, Facebook gehen, mich abonnieren, Twitter gehen, mich followen. All diese Dinge helfen mir immens und ich würde mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn ich mich unterstützen würde. Dementsprechend, ja, vielen Dank dafür und gucken wir mal ins Deck rein. Und zwar starten wir mit der Länderbasis. Bei der Länderbasis haben wir 4 City of Traitors. Dieses Land macht 2 Mana und muss geopfert werden, wenn danach ein Land ins Spiel kommt. Sehr, sehr, sehr wichtiges, gutes Land. Ebenfalls Ancient Tomb. Ähnliches Prinzip, tappen für 2 Mana, man kriegt 2 Damage. Das ist dafür da, damit wir wirklich schnell 4 Mana bekommen, damit wir unsere Spells spielen können. Wir haben noch weitere Länder drin. Wir spielen Rot-Weiß, wie gesagt, Boros-Initiative. Wir haben 2 Plateaus, tappen für ein Rotes oder Weißes. Du willst halt einen Sunbaked Canyon. Tappen für ein Rotes oder Weißes, wir verlieren Leben und man kann das Ding Opfer mit Karte ziehen. Das ist nicht schlecht. Dann 3 Kevin of Souls. Wir besitzen, glaube ich, 3 Kreaturen-Typen, die relevant sind. Dementsprechend sind 3 Kevin of Souls perfekt. Meistens wollen wir nur einen Kreaturen-Typen, das sind Humans. Aber es gibt auch andere. Dann haben wir einen Karakas. Ohne Karakas gehe ich selten aus dem Haus. Tappen für ein Weißes oder tappen wir bringen eine legendäre Kreature zurück auf die Hand. Sehr, sehr gut. 2 Planes. Und einen Mountain. Das ist die Mana-Basis. Gar nicht so spektakulär, wie man denken mag. Gucken wir uns mal ein bisschen die Atefakte an. Denn bei den Atefakten haben wir weiteres Mana. Wir haben 4 Lotus-Petal. Vielleicht wart ihr einer der Glücklichen, die im Local Game Store ein Lotus-Petal bekommen haben. Fürs Spielen vor Ort. Wenn nicht, guckt mal bei euch nach. Vielleicht hat euer Local Game Store noch welche. Lotus-Petal. Tappen, Opfern, Mana kriegen. Chromox. 0 Mana-Artefakt. Wenn es ins Spiel kommt, imprinten wir eine Karte, die kein Artefakt sein darf und kein Land. Sollte eine Farbe haben. Danach tappen wir das Ding und kriegen Mana für der Farbe der imprinteten Karte. Wenn es eine Doppelkarte ist, dürfen wir uns aussuchen, welche Farbe. Und dann haben wir noch 4 Chalice of the Void. Doppel X. Kommt mit X Planungsmarken ins Spiel. Und immer wenn es Vila einen Zauber spielt, dessen Mana leicht der Langungsmarken da drauf sind, wird er gekontert. Ganz einfach. Also so einfach ist es wirklich. Dementsprechend ganz nett. Setzen wir meistens auf 1. Wir haben nämlich keinen Spell für 1 drin. 0 ist doof. 1 ist okay. 2 ist okay. 3 ist mittelmäßig. 4 ist schlecht. Weiteres Mana haben wir übrigens noch in den Kreaturen. Wir haben 4 Siamen Spirit Guides in unserem Deck. Siamen Spirit Guides, 3 Mana, 2,2 und wir können ihn exilen aus der Hand, um ein rotes Mana zu bekommen. Ähnlich wie ein Lotus Petal, schönes Mana-Gerampe. Und jetzt kommen wir zu dem, was wir endlich spielen wollen. Wir wollen spielen entweder Case of Chaos Adventurer. 4 Mana, 5,3 Trample. Wenn er in den Spielwerk kommt, kriegen wir die Initiative. Und wenn er angreift, exilen wir die oberste Karte des Decks. Wenn wir den Dungeon durchlaufen haben, dürfen wir die Karte, ohne die Mana-Kosten zu bezahlen, playen. Ansonsten müssen wir sie playen mit Mana-Kosten bezahlen. Sehr, sehr gutes Teil. Gerade weil er 5,3 und Trample hat, macht er richtig, richtig Aua. Ist aber nicht so stark, wie die andere Karte, die wir beispielen. Und zwar spielen wir dabei Seasoned Dungeoneer. 4 Mana, 3,4. Wenn der in den Spielwerk kommt, kriegen wir die Initiative. Und wenn der angreift, kriegt ein Cleric, Rogue, Warrior, Wizard Schutz vor Kreaturen. Und wir exploren. Das ist gut. Das ist gut. Das knallt halt ordentlich nach einer Zeit. Vor allem, weil wir noch durch den Dungeon laufen. Ich gucke mich gerade mal unauffällig um, ob ich hier irgendwo, da, die Andercedie rumliegen habe. Da wir ein Aggro-Deck sind, versuchen wir meistens diese Plus-1-1-Marken, diese Trap für 5 Damage, die du draw und dann den Throne. Wie die meisten anderen Decks auch. Ich habe schon eine Initiative-Control-Deck gesehen, was so Skrite und hier Token macht und so ein Kram. Meistens wollen wir da langlaufen. Um ins Gesicht zu hauen. Dabei hilft es uns, wenn der Gegner nicht so schnell ist wie wir. Damit er nicht so schnell ist wie wir, spielen wir 4 Arkhan of Emeria. 3-Mann hat 2-3 fliegend. Wenn er im Spielfeld ist, dann sagt er, jeder Spieler darf nur einen Zauber-Prono spielen. Wir spielen meistens nur einen Zauber. Das ist seit der ersten Runde. Da klatschen wir hoffentlich Mana-Artefakte raus. In der zweiten Runde schon meistens nicht. Und non-basic-Land-Diating-Control-Land kommen getappte Spiele. Das heißt, für den Fetch-Land, wenn er keine Basics drin hat, muss er das getappte Spiel bringen. Dann Fetch der, es kommt wieder getappt ins Spiel. Und dann darf er es benutzen, was den Gegner bis zu 2 zurückwerfen kann. Mega Teil. Als Removal haben wir 4 Solitudes. 5 Mana, 3, 2, Flash, Lifeling. Und wenn es ins Spielfeld kommt, dann exilen wir eine Kreatur. Und der Herrscher, der Kreatur, kriegt Lebenspunkten in Höhe der Angriffstärke. Und wir können das Ding evoken. Das heißt, wir können eine weiße Karte aus der Hand exilen, können den Spielfeld bringen, dann stirbt er direkt wieder. Sehr, sehr stark als Removal-Spell. Gerade weil wir ja Chalice, wie gesagt, haben, dann müssen wir keinen Swords to Blowshares Mainboard spielen. Das ist sehr gut. Dann haben wir Fable of the Mirrorbreaker. Diese Karte ist der Wahnsinn. 3 Mana und wenn sie ins Spielfeld kommt oder zu Beginn der Mainstep, kriegt sie eine Marke und geht dann Chapter einen Schritt weiter. Im ersten Chapter kriegen wir 2-2 Goblin-Shaman. Der hat, immer wenn die Kreatur angreift, kriegen wir ein Treasure. Zusätzlich dazu hat er, wir können in der zweiten Phase zwei Karten abwerfen bis zu zwei Karten und bis zu zwei Karten dann eben ziehen, also genauso viel wie wir abgeworfen haben. Und bei der dritten Phase exilen wir ihn und bringen ihn gedreht wieder ins Spiel. Das bedeutet, dann haben wir einen 2-2er, den man für einmal ertappen kann, um eine Copy von einer anderen Kreatur, die nicht legendär ist, zu erschaffen, die am Ende des nächsten End-Steps geopfert wird. Wenn man jetzt zwei Stück davon hat, weil es nicht legendär ist, kann man damit sehr, sehr viele Goblin-Tokens machen, um Nedna umzugenatzen. Und ansonsten kann man damit halt nochmal Initiative triggern, noch einen Flieger bekommen und, und, und. Sehr, 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 sehr stabil, was das angeht und hilft dem Deck immens. Man unterschätzt den tatsächlich sehr, sehr schnell im Deck, ist aber immens stark. Er hat mir mehrere Wins geholt, ich habe das Deck auf mehreren Turnieren gespielt, inklusive in Köln beim Experion und auf der Radiorafnika-Liga. Und ja, also Fable war immer, immer dann eine gute Karte. Ihr merkt schon, wir haben die Kreaturen verlassen, by the way. Einen weiteren Spell, den wir spielen, beziehungsweise eine weitere Verzauberung, die wir spielen, ist Touch of the Spirit Ramps. Drei-Manna-Enchantment, wenn sie ins Spielfeld kommt, exilen wir ein Artefakt oder eine Kreatur, solange wie das Ding im Spielfeld ist. Das machen wir ganz selten. Oder für zwei-Manna können wir das Ding channeln, aus der Hand abwerfen, exilen wir eine Kreatur oder ein Artefakt und bringen es wieder ins Spiel, mindestens End-Steps. Auch das können wir zum Flickern von Chaos Adventuren und Season in Dungeoning nutzen. Das können wir benutzen, um Solitude zu flickern oder beim Gegner was. Ist ganz nett, ist ein All-Time-Removal, ist wirklich nett. Und dann spielen wir noch vier Fourth-Eringuas. Das ist eine Karte aus dem Herr-der-Ringe-Commander-Deck. Für einen rotes, ein weißes und X. Kriegen wir X-2-2 Human Knights mit Trampeleile. Und wenn wir in diesem Zug mit ein oder mehr Kreaturen mit einer Schaden zu finden, dann werden wir Monarch. Und damit bringen wir Monarch ins Spiel. Da wir ja sehr viel Fast-Mana haben, sind wir ganz schnell mal auf vier bis sechs Mana und können damit halt auch easy peasy, ganz ganz nett mal ein paar von denen rauskloppen, um einfach mal Turn 2 oder Turn 3 uns im Monarch werden zu lassen. Was gegen Control-Decks sehr, sehr, sehr stark ist. Wirklich, sehr, sehr stark. Das ist das Mainboard. Gehen wir mal ins Sideboard. Das Sideboard ist auch super straight. Wir haben zwei Containment-Priest. 2 Mana-2-2 Flash, Non-Token-Creature, die ins Spielfeld kommen, die nicht gecastet werden, wird exiled. Kein Real-Mate, kein Grief, kein dummes Gescamme, nichts. Gute Karte, gute Karte. Weitere Hate-Pieces für den Friedhof sind zwei Rest in Peace, zwei Mana-Enchantments, die, wenn sie ins Spielfeld kommen, alle Friedhof exilen, und wenn eine Karte ins Spielfeld kommt, und immer wenn eine Karte von irgendwoher in den Friedhof geht, oder einen Token auch, wird sie stattdessen exiled. Sehr, sehr gute Karte, sehr starke Karte, wird aktuell sehr unterschätzt. Viele Leute fangen wieder an, hier auch die Fairies zu spielen, was ich nicht so gut finde, dementsprechend. Ne, ne, sehe ich nicht. Dann drei Magos of the Moons. Man könnte auch Bloodmoons spielen, aber Magos of the Moons ist um einiges besser. Das ist ein Dramana-2-2, ein Non-Basic-Lands-Arm-Mountains. Störtlich gibt er meistens mehr wie uns. Bis vor kurzem habe ich in dem Slot von den Containment Priest tatsächlich Nile Roads gespielt. Die haben mich ein komplettes Spiel gekostet, weil ich meine Chrome-Walks nicht aktivieren konnte. Dementsprechend habe ich einfach gesagt, ist okay, wenn ich gegen Atefakte verliere. Ich nehme einfach was anderes rein, beziehungsweise ich habe was anderes gegen Atefakte drin, ich nehme mehr Grafted Head rein. Für die Radaröffniger-Liga muss ich es halt zurückbohren. Aber ansonsten, mega. Und dann haben wir noch Lauren of the Third Path. Das ist die zweite Karte, das ist die Karte, weshalb ich gesagt habe, wenn ich die drin habe, brauche ich Nile Rod nicht. Dementsprechend habe ich Nile Rod einfach mal gekegelt. Das ist ein Dramana-2-1-Wachsamkeit. Wer, wenn er ins Spielfeld kommt, bis zu einer Atefakte Verzaubern zerstört. Und man kann die tappen und beide Spieler ziehen. Eine Karte, sehr, sehr starke Karte gegen Atefakte. Gerade mit Karakas, sehr, sehr, sehr gut. Dann haben wir zwei Furies. Da bin ich mir sehr unsicher, ob ich die wirklich spielen möchte. Hier gibt es einige andere Sachen, die ich wahrscheinlich eher spielen möchte. Furies sind halt bei uns immer noch ganz gut, weil sie eine Menge breites Board abräumen. Sie räumen halt gegen sowas wie Painter oder so auch mal ein dickes Elemental ab, einen dicken Token ab oder so. Und sind an und für sich nicht so bad. Ich habe aber das Gefühl, dass sie out of favor sind und man hier lieber was anderes drin spielen könnte. Mir ist aber nicht bewusst, was. Von den Matchups her nimmt man ihn halt auch nicht so oft rein. Erst gegen diese komischen Go-White-Delver, diese Falk-Color-Delver, ganz nett. Aber ansonsten, ja. Also wenn ihr was anderes spielen wollt, cuttet am wahrscheinlichsten die Fury. Weil die restlichen vier Karten sind vier Swords, Diploshares, ich habe es schon davon gesagt. Ein Mana, externe Kreatur, der Beherrschaft kriegt Lebenspunkte in Höhe der Stärke. Sehr, sehr wichtige Karte, gerade gegen sowas wie Grief, gerade gegen sowas wie ein Scam-Package. Brauchen wir vier Swords, vier Solitudes, sonst brauchen wir gar nicht auftauchen tatsächlich. Und deswegen haben wir die vier im Sideboard, trotz dass wir vier Chalice im Mainboard haben. Das finde ich halt sehr, sehr, sehr spannend. Aber da sind wir schon beim Deck-Talk, da kommen wir jetzt hin. Ich finde das Deck mega cool. Ich finde das Deck wirklich, wirklich cool. Das Sideboard fühlt sich sehr smooth an. Ihr wisst, ich liebe Initiative. Mono White Initiative war für mich das perfekte Deck. Und es ist das Deck, wo ich gerade überlegen bin, ob ich es irgendwie schaffe, wenn Vintage anfangen zu spielen. Weil im Vintage ist das noch ein Deck mit Mono White Initiative. Und es könnte sein, dass ich vielleicht oder vielleicht auch nicht Mono White Initiative in Vintage gerade am Zusammenbauen bin, ganz langsam. Weil ich das Deck so sehr geliebt habe. Ich liebe Initiative, ich liebe diesen Agro-Plan. Ich fand Mono White als eines der Agro-Decks im Format, was Turn 4 weitet, vollkommen okay. Dieses Deck versucht Turn 1, Turn 2 sehr inkonstant Dinge rauszubringen. Gleichzeitig ist diese Inkonstanz auch gar nicht so inkonstant, wie man denken mag, weil es hat 6 Mana Accelerator im Mainboard. Plus die Ancient Toomes, plus die Caverns. Und wenn nicht, kommt man halt trotzdem mal auf so eine Fable oder eben auf so Hate Pieces. Und ist deshalb trotzdem ein Starke Unwender. Lasst euch nicht davon täuschen, dass ich so ein bisschen kreisgrämig bin, dass ich hier Rot drin spielen muss. Das Rot hilft dem Deck immens. Caves of Cavalive Ventura ist eine sehr, sehr starke Karte, die auch im Late Game mal, wenn man sie ein oder zweimal durchbekommt, einfach einen Swing macht und einfach mal was Geiles von oben topdecken kann, was man casten kann. Zwei Draws in der Runde zu haben, ist super, super stark. Jealous of the Void, eine der meistgespielten Karten, wenn es um Delva-Hate geht. Ähnlich wie auch Arken of Emeria. Weil Delva haben nicht viele Basic Lands. Wenn man sowas Turn 1 da hinknallt und da nicht drauf vorbereitet ist, ja, dann ist es halt rum. Also dann ist es halt einfach rum. Und das ist halt sehr cool, weil man kann damit halt wirklich die Leute ein bisschen auseinandernehmen, ein bisschen tricken. Sehr, sehr coole Karten. Und For the Lingas ist für mich meiner Meinung nach die beste Karte in diesem Deck. Sie macht so viel Spaß. Man kann sie auch einfach mal droppen für einen oder für null Dudes, wenn man einen Dude draußen hat. Man weiß, die Gegner kann eh nicht blocken, weil man hier fliegen kann oder so. Man ist trotzdem in einer verzückten Situation. Kann man hier auch für zwei Männer spielen, kann einmal zuhauen, wird Monarch und so weiter und so fort. Geile Karte, ist ein sehr, sehr cooles Deck. Und ja, Matchups sind aktuell insanely gut von dem, was da oben gespielt wird, meiner Meinung nach. Also was wie Delver und Scam und Shadow und so nimmt man einfach auseinander. Dementsprechend, wenn ihr hier Chance habt, probiert es mal aus. Ich bin die meiste Zeit, gehe ich damit aktuell 3-1 überall. Also in der Liga 3-1, bei uns im Fischkrieg 3-1, in Köln 3-1. Dementsprechend, das ist so ein 3-1 Deck. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt gerne den Kanal abonnieren. Ihr könnt schauen, ob ihr mich irgendwo anders folgen und unterstützen wollt. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, neue Blacksit. Ciao, ciao.